Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Reise sagst, dann wird es nicht stummt. Draufgeschitten, 89. Das geht doch gar nicht! Ja, ich darf sagen, wenn ich will. Ich hab 93, ich hab 93, ich hab 93. Ich hab's nicht geglaubt und ich bin drüber. Ich hab 93. Das ist nur 6. Das ist mein Suffi. Das ist mein Suffi. Das ist mein Suffi. Hey, ich hab 93, ich hab 94. Oh, Mensch, ich hab 93. Hey, das ist die Frage. Ringen, ringen, ringen! Ich war voll von dem Überzeug. Sفس du? Das war's für heute.